und fach dort ich kann mich um das böse Skelett habs lol Leer Achtung Leer du stehst in Feuer du bist so schlau Leer lol lol ich hab noch ein paar Herzen lol alter du hast Wörter Christ lol Fick dich Lennart hier liegen deine Sachen soll ich hier aufsammeln? schreibt in Chat mach ne Truhe und tu da alles rein von mir komm bis jetzt ich hab aber kein äh Holz Loll hattest du Holz? Schlag 2 ich hab kein Holz fuck ich kann nichts machen es ruckelt extrem aber das war nicht aber ich kann nichts machen weil du und dadurch muss dein Server beide Welten berechnen weil ich vielleicht zwei Minuten ich hab null APPS durchgehend was soll ich jetzt machen? ich kann nichts machen ich brauche Holz ich kann nichts machen ich kann mich auch nicht bewegen und wenn ich lefte bringt das auch nichts ich muss jetzt aussortieren was wir nicht brauchen ja ok macht das netherquartz brauchen wir auch nicht unbedingt doch netherquartz ist wichtig nimm mal eine Eisenrüstung auf jeden Fall ja ok Minecraft ist abgespielt den einen Schleimball brauche ich nicht nimm mhm das Goldschwert Feuerzeug brauche ich auch nicht das Deck ist wichtiger als Goldschwert nimm mal das noch netherquartz und Dingens will ich noch haben mein Diaschwert und so stimmt du hast du wo ist dein Diaschwert? es liegt ja nicht sag nicht es liegt ja nicht dass mein Diaschwert mit deiner Level 30 Verzauberung weg ist Leute ach so da sehe ich es ok ich habe es in den Inventar sorry 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 ich dachte das liegt ja noch aber es liegt ja nicht mehr ich habe es in den Inventar Pflasterstein ah jetzt geht es glaube ich wieder gut ich weiß doch das verrautete Fleisch ich komme mal ganz ganz schnell zu dir in die Hölle deine Rüstung deine Rüstung wurde ich leider hier der ist gerade mega zurückgesetzt oder TP ne kein TP oder ich weiß nicht ne du weißt ja wo es ist heute sag mir kurz also schreib mir die Koordinaten in den Chat ich repariere kurz Eisensachen und so weiter nur damit die Sachen nicht kaputt gehen warte äh Chat äh also ähm also von oben nach unten dann muss ich ja nicht hier und so das zuschreiben ah Leonard äh hab ich dich ich hab dich ja gesplained aber das war nicht extra weil ja ja trotzdem scheiß kurz lesen ähm so cool ich muss ich einfach jetzt scheiß wegschmeißen und danach wieder aufnehmen wie scheiße geht es denn jetzt mit FPS ja ja jetzt geht's wieder übrigens für die Zuschauer äh ich mache jetzt die ganze Zeit hier die Sachen hin und her äh weil dann werden die nicht die Sport ich bin grad so ganz knapp am Abbruch vorbeigesprungen scheiß komm ich in die Festung da ist ein das ist so ein flammendes Ding was mich jetzt abschießt du schaffst das schaffst das einfach vorbeilaufen nein schaff ich nicht das schaffst du schaff ich nicht ich hab keine Ausrüstung ich muss so schnell wie möglich zu dir um meine Sachen zu ja du fenn einfach vorbei ah ich bin bei dir hier bist du da gut warte mal ok gib mir meine Sachen schnell ja ich hab das ich hab äh Sachen repariert wie zumal ah ok warte mal Helm und Schuh kann ich dir geben äh auch mein Essen genau stimmt der Essen das war hier meine Werkzeuge niederquarz bald ich ess mal Alter wie viel niederquarz ey Alter wie viel Level ich verloren hab so scheiße hattest du Clostone ja ich glaub du hattest Clostone hier ja ich hatte eins der Clostone und eine Melo äh äh dingens glänzende Melone äh du meinst Gott ja magma Creme äh kann ich ein achso kann ich ein Stack äh 51 ich hier behalten 1 für mich weiter ja gib mir aber meinen Bogen ne ja 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 stimmt hier schlack 2 ein Bogen und hinterher ja hab ich 1 ich kann nicht 1 50 behalten ich hab' ich noch ein Deck geben ja kannst du danke oh haben wir sogar überlebt ich hab sogar ein paar Level bekommen aber ich glaub das war fast gar nichts ja von mir ne ja ich weiß okay lass noch ein bisschen feiten oh das war knapp ey wir brauchen niederwarzen wir brauchen niederwarzen ja aber hier gibt's keiner ja aber hier gibt's keiner er gehört 2000 was burn to the script to the crisp wild fate äh fighting with me ruf nicht fighting me ruf da hinten geht's doch doch mega weit oder lol die alter wie ich immer aus Versehen warum schlägst du mich immer das war aus Versehen ich will den Pigment schlagen wie es scheiße ist lol hast du ne Wasserflasche aufgenommen man wird die Wasserflasche natürlich du musst ne Wasserflasche aufgenommen haben einfach nur ne Wasserflasche nix irgendwie drin ich hab jetzt einen Lohnsborn abgebaut weil sie sind ja zwei ja ich glaub ich hab sogar drei gesehen ich glaube dann baue ich den ja auch noch ab der nervt mich eben ich hab übrigens jetzt auch eine Lohnroute gefunden ja du hast eben schon glaub ich 1 oder 2 hast die denn auch ja ich hab drei stücke jetzt wo ist was wir brauchen jetzt hier äh nicht erwarten aber wo fällt mir die die du musst doch gehen weil das soll jetzt einfach systematisch alles auslaufen die Wasserflasche ich soll jetzt einfach systematisch jetzt alles ablaufen alter Scheiße lol man äh ah das ist er down sie bei mir gelesen voll stark mhm doch ne also nicht viel Leben sondern die machen einem diese Schicksvergiftung Loll, wie ich denn dem schieße? Bring einem irgendwie Kohle oder so. Ja, ich weiß. Ja, schwarz, gelette. Also, es ist nicht rassistisch gesehen. Die sind angemalt mit Kohle. Heute ist es scheiße, was er vergiftet. Guck mal, ehrlich. Wohin denn? Äh, da drüben, ne? Siehst das? Vor uns das richtig fette Burg. Ja, ich weiß, da waren wir eben, meine ich. Nein. Leute, wie der hast du grad gepostet? Da waren wir nicht. Gut, okay, da müssen wir hin. Doch, das ist da. Ja, das ist da. Ah, stimmt. Ja, aber, ne? Ich muss doch mal gehen. Die Fester muss mega klein. Ja, irgendwie hat die Mega... Alter, wie ich da grad fast reingefallen bin. Was, die sind drei Lohn? Alter, da war nur Lava. Ich wär da jetzt tot gewesen. Die Fähigkeitstile. Leute, der ist falsch abgeprallt von dem... Ey, der freilte die ganze Zeit ab. Das gibt's doch nicht. Nein, das bringt nichts. Schießt jetzt nicht ab. Die trocken ja eh nichts. Ah, gut. Okay. Mann, brauchen wir jetzt noch eine Niederfestung, oder was? Ja, lass mal hier auf dem Dach gucken, ob die Pilze sind. Niederwarzen brauchen wir. Ja, äh. Auf dem Dach sind keine Niederwarzen. Die gibt's nur unsere extra Räume, wenn die Treppe rauf geht, dann geht das so rum. Alter, komm, ich muss doch niederwarzen geben. Alter, das war grad eben so scheißen. Boah! 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 Das ist oder? Hier gibt's nix! Es gibt's doch nicht! Ich müsste jetzt noch ne Fessung suchen, oder was? Aber ich hab doch ne Wasserflasche. Ja eben. Gib mal ja. Lass erst mal zurückgehen und zu Trangstand. Ja, aber wir brauchen ja niederwarzen, damit wir das braun können. Stimmt. Stimmt. Ja, lass die cheaten. um die tp hat sich auch nicht schicken hier nicht erwarten aber wir sollen jetzt vielleicht mal einen Aufnahmen-Break machen und dann Adventure ich muss sagen das macht zwar gerade vollfahren aber aber dann gehen wir erstmal nach Hause oder ja wir gehen jetzt nach Hause machen Cut und dann machen wir das nächste Mal keine Ahnung ob wir das Glück haben dass er lernen kann wäre richtig geil aber scheint nicht scheint auch doch ich habe noch mehr keine Ahnung wie heißt das Magma Creme habe ich noch eine gefunden was bringt das damit können wir Feuer Resistenz dringend bauen also in welche Richtung müssen wir noch mal ich hab was hier geht's noch runter nichts am Ende warte 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 immer zu mir ich konnte aber es geht ja noch was er weiter noch sowohl ja da war ich doch schon mal da ist doch nix zu ihm also und zum Lauer woher wo okay wir können jetzt irgendwie ja wir gehen da jetzt nach Hause aber ich brauche ich auch und ich glaube es ist besser Leute hinter dir hinter dir was damit da bin ich da war ich mich gerade hoch da hinten so ein Penner Alter wie ihr das weg gesprennt dummes Kind wir brauchen auch Seelensand guck mal ja nee wir haben ja noch kein Liederwarten brauchen wir auch keinen Seelensand aber kannst du mitnehmen geht erst mal hier zum Portaier ging es hier raus reichen erst mal wie viel Seelensand zwischen 20 erreichen dafür dass wir noch keinen Neterwarzen haben die wir anbauen können ich hier gerade schon mal ein bisschen für Adventure üben ne scheiße und ich fällt sogar bei einer Treppe wo man gar nicht springen muss sogar eigentlich nur hoch springen muss die Leute habe ich den Menschen bekommen hoch springen hoch springen hoch springen einfach mal so hier erleichternig über die hier rüber rennen und ins Portal gehen so ich würde dann sagen nächste Aufnahme bauen wir entweder aus oder suchen äh hier nächste nächste Dingens äh Lennart ja kommst du aus dem Neter noch schnell raus ja sag Bescheid wenn du raus bist Leute ich bin hier als einzigster hier in der Welt also mit diesem schönen Sonnenaufgang ähm verabschieden wir uns von dieser Aufnahme alter jetzt müssen wir schon einen Zombie töten hier ja stirb also mit äh diesem schönen Sonnenaufgang mit diesem schönen Sonnenaufgang beenden wir diese Aufnahme äh bis zum nächsten Mal bei let's play minecraft tschüssi 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 tschüssi